ARD Text im Auftrag von Funk Ich fahr grad auch Bogen, nur mal so, aber... Ach so? Natürlich hab ich den First Rush grad wieder... Ey... Felix, du darfst 3x raten, was ich nicht aufgenommen habe Ähm... die bauen... Ja... Ne, doch nicht, doch nicht, doch nicht, warte kurz Ey, ich bis jetzt nur 120 bin Ehm... Was? Nehmt zwei Bronzen mehr Felix, ne? Oh all dem, ich bin momentan richtig in Trigger-Laune. Ach ehrlich? Ich muss das vorhin verdrücken. Wie Trigger-Laune, das heißt Leute abfacken oder? Ja. Ah, Kevin's drück, aha. Oh Kollege, muss los, oh Kollege, was denkst du wer du bist? Ist das normal, dass du so spät kommst? Ja. Ja, bei Felix ist das normal. Bei den macht Duplex, Dick. Ich zieh ihn rein bei so einer. Am Jungs. Hallo Body. Hi. Amme Runde. Moin Titan. Hallo Gueni. Wer hat mir raus? Abgehört, du wurdest im Bett geboostet. Jo. Ike's D. Von Moritz, oder? Ja. Hey von, was? Jo. Du bist so angst. Fuck, Alter. Du hast den Block gesetzt und mich damit getriegt 360. Hallo, sag's auf. Ja, ich wollte hochkommen, weil du da so zwei Blecke hochgemacht hast. Oh mein Gott, bin ich fast runtergelaufen. Ich komm ultra spät jetzt hoch. Nice. Ich werd noch down. Der ganz oben hat das 1 oder 2 hit. Ja, das ist Duplex. Der stinkt auf dich. Geht der am Bogen schon hoch? Ach, der ist schon da. Ach, der ist schon da. Ach, du scheiße. Nein. Wenn ihr mich jetzt hättet, ne? Ich bin so los. Ich bin einfach runtergelaufen, Mann. Junge, ich hab oben grad so hart kein Knockback bekommen. Oben ist einer. Pass auf. Oh, das ist die Bogen. Ja, ja, ja. Ja, aber ich hab den Stück noch weggeholt. Ich hätte da nicht die Ruff noch holen können, aber ich bin runtergelaufen. Da wird so lange kein Bodo mehr richtig gespielt, ne? Jedes Mal hatten wir die Bögen vorher, oder? Hä, was war das? Oder jedes Mal haben wir uns das direkt aufgegeben. Ja, oder wir haben... Aber wir haben lieber so eine Baupose. Ja, haben wir jetzt auch gerade. Scheiße, ich hab die Hits nicht mitgezählt, ich Bastard. Ich glaub, vier oder so. Rot hat auch nen Hit. Supporter da. Oh! Oben ist noch die Rot. Der Bogen ist los. Kannst du mir Blöcke geben? Ja. Ich hab drei Blöcke. Es hätte nichts gebracht, wenn ich die Blöcke gegeben hätte. Alles gut. Ja, wusste ich ja nicht. Der Bogen ist halt nicht los. Äh, Felix, nehm ihm ne Brustplatte mit. Und nimm viele Blöcke mit. Der eine Supporter kommt jetzt hoch. Den krieg ich auch nicht mehr getroffen. Ey, der Bogen ist hier oben. Mehr kann ich nicht geben, komm. Bow down! Bock! Sauber Finn! Der hat einmal nen Block gespielt und der Fall der da drin, hat der gekillt. Ultrasick! Jawoll! Hahaha! Müssen wir den nur noch oben killen, bevor die nen Second Bow hochkriegen. Den kriegen die nicht hoch. Ja, die haben halt ne Rot um. Das ist ein bisschen kritisch. Rot hat einen Bowhit, wie gesagt. Und der Supporter ist da. Ja, Duplex ist gut im PvP, aber... Er kriegt doch keinen Outback, weil er clickert. Ja. Ja, ne, ne. Gegen mich ist er ja geflogen. Er hat halt hinter sich nen Block ab... Ich hab ihn ja runtergefickt, aber... Wäre er ja eben geflogen, wäre er down gewesen. Ey, ich kann den unten überhaupt nicht treffen, Jungs. Nein, nicht von dieser Höhe. Die waren in TNT, ich hörts schon. Ey, die ziehen auch schon unten. Hab ihn. Ja, hab ihn. Hier Tom. Ja, ich muss jetzt mitgehen, äh, mit euch. Mitgehen. Ich muss jetzt auf Risiko gehen. Oh, Pfeil geblockt. Tom, hinter die sind Blöcke, gell? Und nen Boss-Boss. Achso. Ich sage hier Tom. Der Reporter hat einen Hit. Entschuldigung, hab ich nicht mehr. Satz mal bitte vor. Jojo. Warte. 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 Schön, Finn. Stark. Äh, Du Blocks hat's wahrscheinlich gehört, jetzt. Du Blocks vom noch. Ich hab kein... Ich hab kein White mehr, ich bin down. Du, wär mal oben, wär mal oben, wär mal oben. Ja. Komm einfach mit nem neuen Bogen hoch, dann ist's... Ja, die haben unten schon. Zieht mir bitte instant ne Side-Base. Und Anna muss gleich Basif machen. Wie viele Blöcke habt ihr? Weil ich... Dann will ich jetzt Bau-Base bauen. Ich hab fast nen Stack. Ja, ich hab 8. 23. Ich häng gleich... Ich häng gleich... Ich häng gleich... Ich häng gleich... Ich häng gleich mal auf den TNT-Shirts. Ich bin halt nicht der Mäste Bau-Base-Base. Tom, willst du Basif machen? Ah... Mir ja recht egal. Weil dann würde ich mit A3 mal ne Runde waschen. Ja, warte. Dann nehm ich dir bitte hier... Die Rots und ein paar Blöcke. Dann geh ich jetzt drauf. Alles gut. Du kannst in Ruhe noch die Bau-Base bauen. Die haben... Die sind gleich schon in der Base, ne? Nur mal so. Also... Dann... Baue ich die Bau-Base. Dann geh drauf. Die haben kein Spectrum. Ah, scheiße. Duplex hat mich gescheckt, aber die anderen nicht. Hä, warum callt der denn nicht? Ich dachte jetzt... Duplex hat sich um sich geguckt, aber die anderen haben weitergebaut. Ich dachte, dass der es dann nicht gescheckt hat. Also... Ich mach nichts. Dann mach dir sofort, Deku. Ich kann den unten gar nicht treffen. Und... Basebau, Basebau, Basebau. Ja, die sind unten schon so weit, die müssen nicht mehr auf OP gehen. Unten gerade so schlechtes Aim, ne? Aber das bitte hätte ich den jetzt in das Loch gesetzt, Alter. Und dann... Ich hab mir übrigens schon ne EC mitgenommen, ne? Einfach mal... Aus 30... Aus 30... 30 Gönnungsleben. Lull. Deut. Anton, mach dir gleich mal einen Base-Bogen. Äh, ja, mach ich's. Und Felix, du musst dann unten irgendwelche Images drauf machen. Wenn ihr das unten gut spleeft, könnt ihr auch zusammen hingehen. Aber dann müsst ihr euch absprechen, wer deft und der spleeft. Wir haben halt Base-Bogen. Ja, deswegen, dann können wir vielleicht, äh... Haben wir einen OP-Wegel, ne? Naja. Naja, ich... Kann gerade überhaupt nicht spammen, ne? Unten kommt wahrscheinlich durch, ich weiß es gerade nicht. Unten Baukrone, ja. Also safe. Okay. Sag. Ach komm Junge! Ich zieh halt den Test-Bogen auf B-Wegelang. Ich zieh halt den Test-Bogen auf B-Wegelang. Ich zieh auch nicht für so ein Komplett-Lust dabei, alter. Unten ist Komplett 100 da... ...1... Die 10 Wall. Unten. Soll ich versuchen weiter wegzunocken? Ich kann jetzt nicht spammen. Äh, geh auf safe. Mach das, was du über... überlebst. Und wenn du da stayst, dann stayst du da. Unten kann ich halt nicht spammen, ne? Abhin. Hallo. Moin. Ist er down unten, oder er? Ja. Ja. Mhm. Helle, alter, der hat mich ver... Hat einen Hit. Muss man jetzt erstmal ein paar Blöcke fahren. Ich kann hier unten nicht spammen, alter, der bewegt sich sogar jetzt. Gehör das mal ein bisschen. Oh. Hahahaha. Bitte tot? Daneben gelaufen, oder? Ich bin grad gesprungen, hab mein Web geplaced. Also oben, auf dem Weg noch. Unten. Oh man, ey. Komm, ich komme. Ja. 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 Weiß ich nicht, ob ich dann fertig bin. Ja, weiß ich nicht, ob ich dann fertig bin. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Da gar nicht. Hä, als ob Marvin spielt. Cool. Aber beide dann auf dem TNT-Schutz. Ja, ich hab's gesehen. Der Wemkes Marvin, der war auch in Paranoia. Welcher Marvin? Äh, Wemkes. Gegen den ihr grade spielt. David kann man irgendwie auf Chess lukieren oder so? David. Äh, Kevin mein ich. Ja, warte, ich muss schon. Ich bin nebenbei am Essen. Nimmst du hier nicht böse, wenn ich mich ans Spektrum? Alles gut? Alles gut. Alles gut. Äh, wir haben eine Saved Chess. So, ich bin nächster Staff. Unten wieder. Yo, alter, wie viel Schluck gibt's da? Zweierschwert, aber der... Es müsste One-Hit sein. Die haben, by the way, auch keinen Spektrum. Das heißt, auch. Das weiß ich. Warum ich kein guter Bogen bin? Weil, wenn gecoilt wird, dass einer auf dem TNT-Schutz immer low ist. Felix! Au! Der Basebo spammt auf dich. Wenn du Spaß dran hast. Und ein Zwei. Zwei gehen jetzt los. Hat einer einen Hit. Kann die gar nicht spammen, alter. Felix, deck dich. Ich bin heute 14. Noch ein, noch ein. Hat noch ein Hit. Ah, ich hab auch. Ich hab grad Baudel so lucky gewonnen, ne? Da kommt noch einer, Felix. Und? Kann man so gut sein wie du, Felix? Nein! Nein! Ich hab halt auch wieder gefühlt 80% auf den Opa Tiki bekommen. Ja, wer hat's hier halt? Wer hat's hier? Schaum wird schwul, alter. Ben, was ist Bau-Base von dir? 140? Juuup. Kann auch ein Flying Wave setzen. Dann kannst du deins behalten. Jaaa. Safe-Test wieder aufgebaut. Steht. Und wo steht das? Steam-Server. Habt ihr das Ding aufgeholt? Zwei sind TNT-Schutz. All die Noonek-Flo und... Ne, zwei Noonek-Flo sind TNT-Schutz. Gut. Die werden gleich 13er unten vor uns im Platz stehen. Das Ding ist, sobald ich unten gehe, kommt zwei unten. Kann halt überhaupt nicht spammen. Ich kann nochmal probieren und unten zugehen. Alles gut, ich hab grad... Ich bin auf den TNT-Schutz, die müssen jetzt eigentlich... Unten wieder. Unten eventuell EP. Unten wird safe EP kommen, oder? Alter, kommt unten voll EQ. Äh, geht wieder. Oder wird ein EC dabei haben und dann 13er vor uns im Platz stehen. Äh, der läuft so komisch. Der Pfeil war so knapp, alter. Hä? Das war nicht mehr... Ah, ich hätte... Nee, es war einer auf dem TNT-Schutz. Ich hab's nicht gesehen. Mann, das ist scheiße. Ich hab... Ich hab vergessen, dass du stacken. Hoppala. Hoppala, haut er raus. EC? Ja, 13er vor uns im Platz stehen. Na, glaub ich nicht mal. Doch, glaub ich schon. Haben die letzte Mal auch gemacht. Ähm, ich hab jetzt hier ein Problem. Ja, ich hab auf dem TNT-Schutz eigentlich... Ich hätt's ja bekommen, aber... Ich hab nicht gesehen, dass unter mir einer war. Musst du halt auf achten, wenn wir... ... keinen wirklich stack haben. Der ist down, der ist so gut wie down, ey. Der ist echt gut so. Und... Unten wieder einer. Ich hab keine Bruchbarkeit. Unten kommt jetzt Duplex noch. Was ist das da für eine Höhe, wo der steht? Ja, was? Äh, die Fläche, wo der steht, oder das davon? Die Fläche, wo der steht. Äh, die ist 117. Äh, wieder 1 oder... Äh... Jetzt alleine. Was? Soll ich auch noch mit unten gehen? Wobei einer... Wir müssen Druck auf den TNT-Schutz haben. Mach am besten mal Schafe oder so. Ja, ich geh nochmal auf den TNT-Schutz. Die sind nicht so gut im BVP. Ich halt die ja eigentlich meistens. Aber ich hab... Ich hab... Unten. Was? Komm wieder 2? Oder erst mal noch einer? Äh... Fulico unten. Ich weiss nicht. Einer ist das gut. Adrian, der auf der obersten hat 4 Bowhits, aber... Das ist schon ein bisschen her. Also der kann wieder regeneriert haben. Noch einer kommt hoch. Sind jetzt 2, pass auf. Nice. Stark, Felix. Hui. Was war ich denn hier? Ich hab mir meine Eisenpick gemacht. Baby, was hast du denn gesagt? Fehlt noch irgendwas in der Base? Ich weiss nicht. Och, hätt ich gewusst, dass der Bogen da steht. Ich hätt den Down gehabt. Schade. Hast du einen 13er? Nee, aber der wär... Der wär so geflogen. Der wär von alleine geflogen. Warte, 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 warte. Lass... Äh... Tom, kannst du einen 13er machen? Ja, ich muss dann kurz an die Safe-Test. Wir haben auch einen TNT-Schutz-Bogen. Ja, wir können 13er machen. Ich mach jetzt. Oh, ich hab noch... Der volle hat ja 2 Shots, 3 Shots. Oh, wir haben keine XT in der Base. Ich hab aber schon eine hier, also keine Sorge. Nein, ich hab vergessen die Blöcke. Ich hab kaum die Blöcke in die Schweiz. Weil er gesprungen ist. Äh, 13er liegt. Warte. Ja, ich bin down. Die pushen dich zu zweit mit Bogen-Support. Das ist so schwul, Alter. Wenn dich einer spammt und einer rusht, das... Ich werd jetzt halt gepusht und gespammt. Das ist halt Aids. Na f... Felix, wir müssen doch nicht beide mal auf den TNT-Schutz. Habt ihr Schafe? Ja, Schafe wären nicht gut. Ich hab zu viele, glaube ich. Ey, haben die einen 13er auf den TNT-Schutz oder einen 2er? Fünf Schafe haben ja. Weil die los Punkt sind. Geht zu zwei TNT-Schutz, nehmt ne Stärke mit und baut auf 11er 2. Schicht ein. Felix, du Stärke oder ich? Okay. Stärke wird schwierig. Der hat den Bogen reingelegt. Ja, also der Bogen ist in der EC da auf dem TNT-Schutz. Ja, Leute. Ach so. Immer bei unten kein EC mehr. Ich war grad noch aufs achte Schafe, Adrian. Dann mach ich schon einen Schafen. Ja, lass die einfach heimen. Dann haben die keinen TNT-Schutz mehr. Mach die einzeln Ruf. Würde ich nicht machen. Würde ich echt nicht machen, wenn ihr so wenig Schafe habt. Ja, aber die haben auch nur 1, 2, 3, 4, 5 Schichten. Ja, dann werdet ihr auch in unten kommen halt gefickt. Ich sag's euch. Den willst du der Yakuza machen? Was soll ich auf die Yakuza machen oder auf die Bowbase von dir? Komm auf die Bowbase. Komm auf die Bowbase. Komm auf die Bowbase. Da läuft Aids. Ja, da muss ich mal dreißen, damit ich nur einmal treffen. Dann kann ich den Pippo-Pit rausgehen. Hallo, buddy. Hallo. 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 Äh, wie viele sind da auf der Sch... 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich würd ja 2x ein 4er Kessel machen. Oder wenn ich oben bin, kann Tom mir halt nochmal 2 Schafe rein. Achtung. Adrian, hinter dir. Tom, hast du gehört? Ja. Junge Mann. Äh, ja. Ich dachte, du kannst ihn mehr probieren. Ja, unter mir ist... Alter, leg nochmal 2 Schafe rein, wenn du kannst. Ja, ist grad schwierig. Weil da jemand vorhin der Welt ist. Ja, ich leg rein, ich leg rein. Alles gut. Achso. Entschuldigung. Alles super. Nix passiert. Das sind ja eigentlich aktiven Bogen, oder? Ich hab ja gedacht, sich stackt einer zu dir, Alter. Ja, hat sich auch. Aber das muss sich ja nichts bieten. Wer ist eigentlich dieser Z, David? Keine Ahnung. Das ist der einen, den ich auf Apex getroffen hab. Der ist der... Den ich die ganze Zeit am Arsch gepumst hab. Unten wieder einer. Ich spam jetzt nicht unten. Ich versuch nur die Supporter aufzuhalten, dass die nicht auf den TNT-Shirts kommen. Ja, Alter. Ja, ich bringe eine hoch. Oh. Ich treffe ihn nicht. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Lass mich auf TNT-Schutz gehen. Das ist so traurig. Ich hab ihn nicht getroffen. Das ist so traurig. Ich pre-aime wie so'n ekelhafter Huch in Sonne und treffe ihn nicht. Ja, nee, ich zähle die Opa ab. Adrian, hast du ne EC mitgenommen? Jo, hab ich alles gut. Ey, die hätten nix machen können, hätten wir jetzt EC gehabt. Äh, die deckt über uns Leute. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so unten, Bauer. Ja, wir müssen zur Frage schon. Noch einer unten. Keiner. Die sind direkt über unserer Base gleich. Ja, ich hier unten hin. Ich droppe Felix die EZE, dann geht unten hin. Droppe die Zerbran-OP-Weg. Also bis zum Zerbran-OP-Weg. Also bis zum Zerbran-OP-Weg. Also bis zum Zerbran-OP-Weg. Okay, man muss ich da irgendwo unten drauf machen. Die sind die ganze Fläche da. Also so lange Strich zwei Zwecken beides. Der hat keine Hitze drin. Also welch die vier ist oder die andere? Ja, von dem, wo der drauf steht. Ja, ich find's mir gerade überlegen, ob ich einfach links mache. Einfach ne Achterbombe. Ja, mach einfach ne Achterbombe. Ehrlich, mach einfach. Viel Zeit haben wir nicht. Ich hab neun Schafe. Ich mach ne neuner Bombe. Der muss sich da mal verpissen. Ihren Bogen bei Space-Dev, wie auch immer. Einen Schaf runtergelaufen. Die haben so ne Ausguck-Kontrolle. Du weißt halt nicht, wo ich da jetzt am besten... Kevin, was ist die Fläche da vorne dran? Deiner Bombe ist das gleiche da vorne dran. Ja, die wo er unter mir jetzt ist direkt. Das ist 120. Zwei Zwecken brauchen. Ah, die kamen, gut. Ja, ne, C by the way, unten. Bed frei zum Spawner-Hill. Oh, was? Es ist einfach nur laufend. Ne, das Web steht. Ja, das Web steht, okay. Ach! Schau, warum hab ich halt wenig gebracht? Ja, die Wall ist halt noch vor mir, aber... Ja, um Bogen jetzt. Ja, eben. Aber noch die Side-Base. Könnt ihr TNT machen? Nicht viel. Ja, wie viel denn? Also, weiß ich ja nicht, aber... Ja, das muss mir euer... Eins. Eins können wir machen. Wir haben 13er unten. Das kriegen wir nicht mehr hin. Ja. Der zieht dafür so gut die erste Schicht auf. Der hätte das mit den Schafen und der Schärfe noch müssen. Der Typ ist auch low. Unten noch einer. Wir haben die erste Schicht wieder aufgebaut. Großteils. Treff den halt nicht, der moved so, ey, jetzt... Unten noch einer. Ah, das wird jetzt echt kritisch. Äh, vor dir. Duplex hat ne Eisen-Packle dabei. Base-Deaf down. Der Start. Wir haben jetzt einen Nonico und eine H5-Packle in der Base. Was ist die... Zwei Nonicos in der Base. Hinter dir, hinter dir. Duplex ist One-Head, Duplex ist One-Head. Beide shoppen gerade. Wir werden jetzt was tryen. Wir sind zu zweit vor unserer Fresse. Was ist die Fläche da, wo die sind, Kevin? Obwohl, Kevin? Ja. Siehst du da bei der EC, das ist ja so... Ne, bei der EC, links. Von mir aus gesehen. Leg'n Web rein, Tom. Ja? Ich, äh, geht nicht. Was, in welcher Höhe ist das? Ich leg dir eins rein. Ich kann gleich theoretisch MLG'n. 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 Wollt ihr Stärke MLG'n machen von oben? Weiß ich nicht. Müsst ihr sagen, aber wir haben kein Gold, wir haben... Genau, ich bin jetzt hinter die MLG'n. Die probiert zu holen. Ey, ich leg euch Stärke rein. Ja, mach, der hat den Bogen gerade reingeliegt. Ne, runter. Äh, Stärke, Stärke drin. Ja, da machen wir nicht, Felix. Irgendwer jetzt lieber mit dem T-Shirt. Ich hab euch ne Stärke ge... Komm, da ist ein Follico nur. Ein Neunico. Ja, deswegen. Felix. Kannst du mit ein paar Blöcke und Essen reinlegen? Ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Ja, alles drin. Ich leg... Ich leg den 13er rein, den 1er nehm ich mit. Ich wollt grad sagen. Ne Rod liegt auch noch drin, Felix. Ich hab den Bogen viel besser als der an mich. Äh, ist das ein Flying Web dabei, der Robins? Ja. Also ihr habt einmal Stärke drin, gell? Felix? Äh, Felix sag schon David, achte du mal bitte auf unten. David? Naja, ich bin da. Achso, der ist da, ne? Ja, die braunen da. Der ist wirklich schon. Der kommt. Anderle, Anderle, Anderle. Achtung einer, Bett vorne, Bett. Oh, ich bin auch da unten. Okay, warte, ne, ne, ne. Mach ruhig, gib die Stärke wieder her. Also leg die in die C, leg die in die C. Leg die Stärke. Er ist wirklich schon. Achtung, er ist wirklich schon. Achtung, er bleibt dich. Er hat einer nicht geschaut. Achtung, er hat 40 drin. Ich glaub er hat den 13 da reingelegt. Ich glaub er hat den 13 da reingelegt. Kann man die anderen... Ist genau über dir, was du da reingucken kannst. Er hat einen 13er-Hit da. Ähm, also dafür, dass er Schutz drin hatte, hat er mit dem 2er-Schwert ziemlich viel überlebt. Von unten machst du nicht argfischern. Achtung, da kommt noch eine. Achtung. Du klickst unter dir. Er hat zwei 13er-Hitster unter dir. Sehr fully cool. Achtung, 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 Achtung. Bett. Achtung, Achtung. Mein Hardy Stone Island. Ich glaub mir, ne Hau bleibt seine Bitch. Und meine Odema macht weg. Ich fahr durch Drogenkonsum. Ich nehm mir die Stärke für Also, ich hab dich nicht Ich weiß nicht Wusste nicht mal, dass unten einer läuft Ich hab dir aber gesagt Könnt ihr noch ein Eisenschwert irgendwie reinlegen? Ey, ich versuch's mal Ah fuck, unten kommt jetzt einer Ja, ich kann Eisenschwert reinlegen Ich nehm jetzt den Dreierbogen mit, weil es eh egal ist Ich glaub ich kann das mehr haben Einerbogen liegt in den chest Soll ich hochkommen? Ja komm zu hoch Warte, ich mach noch ein paar Schafe Keiner ist von oben, nein Keiner von uns ist oben, geh einfach drauf Ich hab Schafe gemacht Volle Equip da Der hat was Der Volle Equip hat was Einer da Kommt Jungs, die haben kein Equip, geht rein Auf geht's Ich baue Du musst mich halten, du musst mich halten Jo So schön, komm Ich geh hoch, ich geh hoch, ich geh hoch Ich bin oben Noah, call doch Hat einer geschrieben Starke Macht Felix Und Tom, geh in unsere Base Geh in unsere Base Ich stehe bei denen in der Base Wo ist der, wo ist der, wo ist der Du musst mich supporten, du musst mich supporten Lauf bitte in die Base rein, Tom Lauf in die Base rein, bitte Ja, du brauchst mir das nicht zehnmal sagen Ich bin tot, ich bin ins Web reingelaufen Aber der ist immer noch übern Ist auch sehr schön Stark Jungs Erstes Loch eingefallen Ja Der Beste Fuck it GG Ich weiß ja gerade rum, Salz Auf geht's Auf geht's